Hi, es geht schon los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Little Nightmares. Ja, nach diesem Start. Es ist immer so, wie ich drauf drücke, dauert ein bisschen, bis die Aufnahme startet. Ja, egal. So, wir sind hier jetzt nicht mal stehen geblieben. Ich weiß jetzt nicht, ob der gespeichert hat, dass wir hier oben diese Puppe gefunden haben. Ich werde einfach mal nach oben schauen und schauen. Wir sind ja hier stehen geblieben. Genau, und hier haben wir noch ein Fleischstückchen. Okay. Gut, ich bin mal da hinein. Huch, geh doch mal hinein. So, schauen wir mal, ob das gespeichert hat. Ja, das ist gespeichert. Perfekt. Gut, wir haben auch die Lampe aktiviert. Okay. Äh, hier ist sonst, glaube ich, nichts mehr, oder? Na, ist nichts mehr. Dann gehen wir mal weiter. Wieder nach unten. Und ja. Schon hier, hier liegt ein Würstchen. Weißt du, jetzt, jetzt, wo so viel Essen ist, hat sie keinen Hunger. Dann haben wir kein Essen und dann hat sie wieder Hunger und dann, dann kann sie gar nichts mehr. Das ist, ja. Was können wir denn hier machen? Was passiert, wenn ich mich tätige? Ah. Das ist diese Klappe, die... Ah. Okay. Ich glaube, wir müssen alle Wurststückchen auf die Klappe legen, weil die brauchen wir wahrscheinlich. Kann man das hier oben? Hier, kann man hier hochklettern? Ja, das geht. Hier oben ist auch noch so ein Wurststückchen. Könnten wir uns eigentlich an den Haken schwingen? Genau. So, schwing, 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 hüpf und dranhängen. Ja, perfekt. Geht voll auf den Kopf, aber das macht ihr ja anscheinend nichts. Da ist nicht Game Over. Sonst ist überall Game Over hier nicht. So, ich lege mal hier alle rauf, sonst ist hier oben ja nichts mehr. Nein. Vielleicht brauchen wir ja gar nicht alle drei. Aber, hm, mal schauen. Denn hier drüben, habe ich gesehen, ist eine Klappe. So, hier drüben ist so eine Klappe. Wie kommen wir da hin? Was ist passiert, wenn ich hier drehe? Ah! Das ist so ein Wurstfabriksding. Ah, okay. Jetzt haben wir nur eins bekommen. Wenn wir jetzt die zwei dazulegen und das dann drehen. Da kommen zwei Würstchen raus. Okay, cool. Kommen wir in die andere Richtung? Nein. Okay, kommen wir jetzt eigentlich hier drüben. Geht sich das aus? Ja, perfekt. Das geht sich aus. Okay. Und hepp. Und wir haben es geschafft. Perfekt. Wunderbar. Gehen wir mal weiter. nach drinnen gehen. Wie wenn hier vielleicht etwas kommen könnte. Aber sieht mir mal gut aus. Das sieht mir momentan gut aus. Oh Gott. Mädchen? So. Geh mal da rein. Hallo Freundchen. Hallo dicker, dicker Koch. Schön dich wieder zu sehen. Na, was suchst du? Na, was suchst du? Ein Käse. Ah, ja. Gute Wahl. Ist es eine sehr gute Wahl. Okay. Ah, okay. Und noch Fleisch. Soll es auch noch werden. Interessant. Äh. Ich geh einfach einmal. Geh einfach weiter. Ah, dann nicht bemerkt. So. Ist gut. Wer merkt uns nicht? Wer merkt uns nicht? Wir sind nicht da. Kannst wieder nach hinten gehen. Hallo? Geh doch wieder nach unten. Okay, uh. Oh Gott. 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 Äh. Ja. Der ist sehr brutal. Ehh. Ähh. Okay. Wieder another шarad. Mal rum, mal rumspiel. Mädchen, Mädchen, geh da rein. Geh doch du. Geh doch da rein, wieso? Ahhhh, nöh. Ah, nöh. So, noch einmal. Mist. Ich weiss nicht, ob wir das jetzt richtig machen. ja okay ich glaube ich weiß schon wie es geht und jetzt das richtig richtigen lösungsweg gefunden den richtigen lösungswege so und immer mal hier nach unten gehen das bemerkt er uns nicht ok ein weiter Okay, das hat er nicht bemerkt. Mädchen! Oh Gott! Okay. Kann ich hier hoch? Anscheinend nicht. Okay. Okay. Ähm. Wir sind Messer, aber bringt uns das was? Wir sind Haken. Ähm. Können wir ja nichts machen. Nein. Hier können wir nichts machen. Hier ist noch ein Messer. Können wir auch nichts machen. Hier auch nicht. Hier sind zwar noch Dosen. Hätte ja ne Idee, dass wir... Ähm. Was bringt uns das? Was würde uns das bringen? Ja, ist ja immer hier, aber was bringt uns das? Können wir... Hier ist ja auch nichts. Hier ist ja auch nichts. Kann es denn Dosen? Aber... Aber... Ich würde ihn ja irgendwie so reinstoßen, aber das geht ja nicht. Deshalb frage ich mich ja, was ich hier machen kann. Probieren wir mal was. Nein, das hat jetzt nicht funktioniert. Hallo. Könnte das so funktionieren. Nein. Nein, das funktioniert nicht. Was ist denn für so ein kleines Schubser da? Wieso sollte ich ihn da umwerfen können? Ähm. Ähm. Hallo? Will? Will? Äh. Ich hab grad Blacksquin. Ähm. Okay. Ich hab gerade... Ich hab gerade Blacksquin. Okay. Ich hab gerade Blacksquin. Ich kann auch grad nichts machen. Ähm. Hallo? Ja. Ja. Ich kann grad nichts machen. Ich hab... Blacksquin. Bzw. ich... Ja. Ähm. Ich hab... Blacksquin. Bzw. ich... Ja. Ähm. Windows macht auf einmal Geräusche. Windows macht auf einmal Geräusche. Eigentlich wird das ausgestellt. Ich kann grad nichts machen. Ich weiß auch nicht, was Windows gerade anzeigt. Was ist hier für Geräusche macht. Ich kann nichts machen. Hallo? Ja. Äh. Ja. Toll. Ähm. Ihr seht gerade den Fausenbildschirm. Ich kann grad machen. Ich hab Blacksquin. Ich kann noch grad nichts wechseln am zweiten Bildschirm. Weil mit dem PC gerade irgendwie sehr, sehr langsam ist. Aber das ist passiert in letzter Zeit öfter und dass er sehr, sehr langsam wird. Aber ich dachte, ich hab das mal gemacht. Ich hab das Problem behoben. Aber anscheinend nicht. Ähm. Ich hab grad kurz... Ja. Ähm. Sorry. Ich kann grad nichts machen. Ich kann gar nichts machen. Der WC ist... Einen Moment. Ich hoffe, die Aufnahme stürzt jetzt nicht ab. Ich muss kurz in... In den Taskmen, wenn nicht mal das geht. Ich bin nervös, wenn ich mich noch einmal im Jahr ausBS. Und ich bin nervös. Und zwar zu sagen, dass der SWR heißt. Und mit dem in den Locationskräften in der Leitung ¡Bad einfach so weit ist. Und das ist ganz schneider, aber es ist ganz wichtig. Und das ist ganz schön. Ich glaube, das ist ganz schön. Und das ist wichtig. Und das ist etwas sovreservativ. Und das ist natürlich. Und hier ist es wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt gerade noch hört Ich kann gerade nichts machen Noch immer nicht Ich will auch gerne die Folge gerade beenden Aber ich kann es nicht Ja Ich weiß nicht, ob ihr mich noch richtig hört Ich weiß es nicht Ob ihr mich überhaupt noch hört Hört ihr mich noch? Ich weiß es nicht Ich kann noch nichts machen Es geht nicht Ich kann nichts machen Ähm, ja Wie, was soll ich denn das Wetter machen? Ich kann nicht die Folge beenden, weil das nicht geht Und Ich weiß nicht, was ich tun soll Ich würde gerne irgendwas machen, aber ich kann nicht Okay, äh, ich drücke jetzt mal auf Folge Stopp, ich hoffe es funktioniert Äh, sorry jetzt, dass es jetzt hier gerade nicht geht Äh, ja, liegt mein PC Mein PC ist, hat sehr massive Probleme Ich hoffe, versteht mich überhaupt, was ich gerade sage Aber ein PC hat gerade massive Probleme Und ja, Hauptsache Windows Update Meldungen Und so, die funktionieren noch, wenn er PC leckt Das ist natürlich wichtig, weil Microsoft will natürlich MEC immer besser machen Schräg, schräg, schlechter Aber, ja, gut Ich drücke jetzt mal auf Aufnahme Stopp Ich hoffe, das funktioniert Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen Wenn es euch gefallen hat, würden Sie mir einen Daumen hoch freuen Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Tschüss